guten morgen wann sie auch immer das video ansehen während mein video online ist sitze ich längst in dem zug und fahre weg ja was ist all viel zu sagen es gibt von mir derzeit nicht so viel neues hat sich bei mir eigentlich auch nicht recht viel getan außer dass ich meine heiß geliebte wasser klimaanlage an habe weil es in der zeit weil es in der zeit ziemlich nicht kalt ist sondern eher ein wenig zu heiß dann in den monaten juli august wird es sehr sehr heiß werden ja ich werde mich dann schon langsam auf tschüsskowski machen wie gesagt während das video online ist sitze ich schon längst im zug und bin über alle berg macht es auf jeden fall ein guten frühstück sehr brav vertrockte ich wieder ein bisschen und tschüss